Ja, that's her. You're probably wondering how she's ended up in this situation. Na, die Erklärung ist eigentlich ganz einfach. Kobi hat sie als Set rausgebracht und ich hab sie gebaut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World, hier heute wieder aus dem Klemmerstein TV Studio, diesmal mit Teil 2 des Kobi-Sets 24333, hier der schwarzen Witwe, dem Opel-Rekord C, der Rennlegende aus dem Hause Opel. Hier haben wir eine, oder sie. Ist es eigentlich ein Mädchen oder ist es ein Junge, die schwarze Witwe? Ist eine gute Frage. Also bei den Franzosen ist ja so, legendäre Autos kriegen einen weiblichen Namen, so wie die Göttin oder die Ente. Wie ist es hier bei der schwarzen Witwe? Ja, ich hab sie fertig gebaut und hier haben wir das Ergebnis. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde jetzt noch nichts dazu sagen. Schaut euch einfach mal an, wie der Bau weitergegangen ist und schaut dann das Fazit an. Und ich spiele in der Zeit, wo ihr euch das anguckt, hier mit meiner schwarzen Witwe. Ja, und das ist hier der Stand nach den ersten vier Bauabschnittstüten. Hatte ich euch ja im letzten Video, im Teil 1, schon gezeigt, wie wir da hingekommen sind. Wir haben das Grundgerüst fürs Auto fertig, hinten vom Heck auch schon einen ganzen Teil geschafft. Und das ist wirklich gut gelungen. Auch hier die Übergänge hier im hinteren Bereich sind ganz gut getroffen. Man kriegt diesen Coke-Bottle-Design, nennt sich dieser Schwung hier hinten in den Hüftpartien. Den kriegt man leider nicht so hundertprozentig hin, wie man das gerne hätte mit Klemmbaustein. Da müsste man nochmal wieder extra Spezialteile für anfertigen. Aber trotzdem finde ich das eigentlich ganz schön gemacht hier, das mit diesen Rundungen. Da gab es mal so einen Agenten-Tribi von einer dänischen Firma, der hat die Rundungen nicht so gut einfangen können, finde ich. Aber schauen wir mal, wie es noch weitergeht. Wir haben ja hier in diesem Bereich bis jetzt wirklich nur das kubistische Grundgerüst gebaut. Das wirklich Interessante kommt ja hinterher in diesem Bereich hier. Hier haben wir jetzt schon die Drucke. Ich denke mal, das werden die Türen werden hier, was wir jetzt hier bauen. Wir haben hier die Bauabschnittstüte 5 auf unsere Tellerchen verteilt. Und da auch sehen wir schon wieder jede Menge Brutteile. Wir sehen hier einen ganzen Schwung von den Bügelperlen. Also da ist auf alle Fälle wieder Bauspaß für mich dabei. Hier haben wir dreimal vier Fliesen. Mag ich auch sehr gerne. Da haben wir ein paar interessante Teile bei, um halt hier, ich vermute mal, diesen Bereich jetzt zu bauen. Den ersten Teil, den wir schon gebaut hatten, das war hier Bauanleitung Nummer 1. Und es geht jetzt hier weiter mit Bauanleitung Nummer 2. Und da haben wir hier Tüte 5, Baustepp 308. Insgesamt haben wir Trommelwirbel, eine Menge Werbung noch hinten drin für Flugzeuge, unsere Teileliste und 478 Baustepps. Das heißt, wir sind Baustepp mäßig schon weit über das Berg fest weg. Aber trotzdem haben wir hier noch eine ganze Bauanleitung vor uns. Es scheint ein paar weniger Seiten zu haben. Wir werden sehen, ich werde berichten und jetzt einfach mal hier weiterbauen. Und wenn wieder was Interessantes kommt, werde ich es euch natürlich sofort zeigen. So, zuerst bauen wir jetzt hier gerade mal an unserem reinen Vierzylinder weiter. Wir haben jetzt hier gerade den Kühler gebaut, hier oben mit dem Schraubverschluss. Was das hier sein soll, da bin ich noch nicht ganz hintergekommen. Und hier haben wir eine Verstrebung im Motorraum. Und die einzubauen, das war gerade Pain in the Ass. Da habe ich richtig dran rumdoktoren müssen. Weil es muss genau passen hier mit den Winkeln zueinander, dass das hier reinpasst. Also, das war für einen Blonden eine schwierige Aufgabe. Meine Witwe, die hat Türen. Gucke mal, kann man auf und zu machen. Total gut. Und die schließen wirklich recht gut. Also, das hält sich auch nur darüber, dass hier die Kante ist. Und trotzdem passt das. Also, von der Passgenauigkeit hat man allein hier diese Hinge-Ausbuchtung. Aber ansonsten tippitoppi. Sehr schön ist hier der Spiegel. Junge, Junge, in dem Ding muss man dazu fast nichts gesehen haben. Und auch nur auf der linken Seite, nur auf der Fahrerseite. Aber das war jetzt nicht so ungewöhnlich bei Autos in den Baujahren. Da war der zweite Außenspiegel Sonderzubehör. Den musste man extra ankreuzen oder später mal nachkaufen. Viele von euch werden das heute wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Die Drucke hier auf den Türen sehen toll aus. Also, diese gelbe Nummer auf dem schwarzen Grund, das hat richtig was. Unser Motor ist fertig hier. Auch der ist sehr liebevoll gemacht. Und da haben wir hier in den Türen auch so ein bisschen Detailliebe. Verstärkung drin. Das sieht auch cool aus. Um die ganze Karosserie ein bisschen zu versteifen. Und es macht wirklich Spaß. Es ist wieder jede Menge 180 Grad Baurichtungsumkehr hier in diesen Türen verbaut. So, dann haben wir jetzt hier die Tüte Nummer 6 auf die Tellerchen verteilt. Und ihr seht, auch da deutet es sich schon wieder an. Baurichtungsumkehr noch nöcher. Wir haben hier verschiedenste Bruchsteine. Wir haben hier wieder unsere Bügelperlen. Und auch wieder einen ganzen Schwung schöner Drucke. Wir haben hier die Armaturendrucke. Wir haben hier, ganz wichtig, den Opel Blitz für vorne auf der Motorhaube. Die Zahl vorne auf der Motorhaube, die wird hinten auf die Kofferraumklappe kommen. Und hier der schwarze Finger, den ich hier habe, das ist quasi von den Tüten aufreißen hier. Die Farbe, die auf den Tüten hier drauf ist. Und die sind ja bedruckt. Und wenn man die so aufreißt, färbt die ab. Quasi Transferfolien. Ja, und ich würde mal sagen, ich baue jetzt hier munter weiter. Da sind wir jetzt. Und bei Schritt 362 geht es jetzt weiter. Machen wir jetzt hier so ein bisschen was. Und das werden schon hier die Aufnahmen für die C-Säulen. Ne, die A-Säulen. Ist ja vorne. Ja, herzlich willkommen in der Klemmbausteinsattlerei. Wir haben jetzt hier gerade die Sitze gebaut. Hier richtig schöne Rennsitze, also Schalensitze. Die werden ganz hervorragenden Halt geben. Und ja, die sehen wirklich denen recht ähnlich, die im Original drin waren. Es gibt nämlich Fotos davon. Und das passt ganz gut. Und die werden jetzt hier schlicht und ergreifend mit den Klemms hier eingeklickt. Indem die Augen ein bisschen besser sind. So. Da sind sie drin. Da sitzen sie fest. Und sie sehen gut aus. Also die haben sie wirklich toll gebaut. Da ist halt wieder jede Menge 180 Grad Baurichtungsumkehr drin verbaut. Genau mein Ding. So. Und damit haben wir auch die sechste Tüte hier fertig gebaut. Haben die siebte auf die Tellerchen verteilt. Mit der wir das Ganze jetzt zu Ende bringen. Das ist nämlich der letzte Bauabschnitt. Wir haben hier unsere schicken gelben Felgen. Mit den passenden Reifen dazu. Fühlen sich von der Gummiart sehr gut an. Und dann haben wir hier, die finde ich richtig klasse. Die habe ich so auch noch nicht gesehen. Da wicke ich hier Sechskantschrauben. Für die Felgen. Das sieht richtig klasse aus. Ja und unser Rekord hier. Der sieht mittlerweile auch schon relativ automäßig aus. Also wenn man dem jetzt die Reifen verpasst. Dann haben wir hier schon ein schickes Cabrio. Nicht so schön ist leider der Druck hier vorne auf der Motorhaube. Fokus. Ihr seht, irgendwie ist der Druck da nicht so hundertprozentig drauf gekommen. Der sieht rissig aus. Das ist nicht so schön. Und was man auch sieht. Also hier haben wir verschiedene Schwarztöne. in den Fliesen. Auch das haben wir schon mal besser gesehen bei Kobi. Leider, leider. Und was ich baulich nicht so schön gelöst finde, ist hier vorne die Abstufung. Die hier, die geht noch. Die kennen wir von den Schiffen auch so. Hier finde ich es recht krass. Das Problem ist halt, dass durch die Baurichtungsumkehr es schwierig ist, hier eine andere Abstufung zu finden. Da hätte man hier gegebenenfalls irgendwie, ja, also ich weiß auch nicht so hundertprozentig, wie man das jetzt besser hinkriegen sollte. Aber da ist Luft nach oben. Ja, ansonsten hier schön zum Aufklappen kann man das hier hoch machen. Kann hier die Motorhaube dann dementsprechend abstützen. Soll das nicht auf eine Birne fällt. Hier hinten haben wir den Kofferraum jetzt. Das Blaue hier, ähm, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Ist das der Verbandskasten oder wofür soll das sein? Schreibt mal unten in die Kommentare, wenn einer von euch eine Idee hat, was dieses blaue Teil da hinten drin sein soll. Wenn es jetzt ein Set von Blubrixx wäre, dann würde ich einfach sagen, das ist so den ihr sein mag. Aber ich glaube nicht, dass sich jetzt Kobi hat von Blubrixx aufkaufen lassen. Von daher muss das irgendeine andere Bedeutung haben. Ich gehe jetzt davon aus, Verbandskasten könnte es sein. Aber Verbandskasten in einem Rennwagen? Keine Ahnung. Hier haben wir übrigens noch einen Feuerlöscher im Beifahrerfußraum. Den hatte ich euch noch nicht gezeigt. Ansonsten sind wir hier schon ein ganzes Stück weit gekommen. Und jede Menge Spaß dabei gehabt. Und jetzt bringen wir es hier mit unserer letzten Bauabschnittstüte zu Ende. So, jetzt haben wir hier unsere vier Reifen auf Felgen gezogen. Das war durchaus eine herausfordernde Angelegenheit. Aber hat soweit ganz gut geklappt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, hier auf der Verpackung sehen die Farben, die gelben Farbtöne, viel neonfarbiger aus. Finde ich eigentlich schöner. Ich weiß nicht, was näher am Original ist. Vom Original gibt es ja nur schwarz-weiß. Aber ich mag dieses kräftige, neonfarbene. Das sieht cool aus. Das hier ist jetzt mehr so ein helles Orange. Wird aber auch passen. Wir werden jetzt mal hier die Reifen jetzt entsprechend dann aufziehen. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze dann hinterher aussieht, wenn es auf dem Fahrzeug drauf ist. Dann haben wir nämlich unser Cabrio fertig. So, da steht er hier auf seinen Reifen und die Lenkung funktioniert auch. Wobei das Lenkrad hier eine ziemlich wackelige Geschichte ist. Also da wäre irgendeine Art von Fixierung noch ganz nett gewesen. Aber nur gut, ich sage mal, das ist bei diesem Auto hier jetzt ja nicht das Hauptwichtigste, dass man hier eine super tolle Lenkung drin hat. Ich finde es ja schon erstaunlich genug, dass Kobi hier überhaupt mal Qualtechnik verbaut, sozusagen. Mir hätte es auch gereicht, wenn man es so machen könnte. Das ist übrigens der maximale Lenkeinschlag. Das heißt, der Wendekreis hier von diesem Opel-Rekord, der dürfte über sechsspurig Autobahn gehen, um das Ding einmal zu wenden. Also ein Wenden in 27 Zügen ist mit diesem Auto völlig normal. Interessant finde ich auch hier, wie hoch der ist. Ihr seht hier, kann ich einen kompletten Finger drunter machen. Gefedert ist er ja gar nicht. Haben wir ja auch nichts in der Richtung gebaut. Von daher jetzt nicht die riesen Überraschung. Aber auch da muss man halt ganz klar bedenken, ja, das ist hier ein Vorführer. Also ein Hinstellauto, kein Vorführauto. Also das ist ein Ding, das stellst du in eine Vitrine und findest es schön. Im Idealfall. Wenn ich, da sind halt die Lenkeinschläge, mehr läuft da nicht. Und es knappt ein bisschen, hackt ein bisschen. Finde ich aber jetzt nicht weiter wild. Es schlägt hier sowieso ruckzuck an in den Radkästen. Ist nicht viel Platz. Ich muss mir die Fotos mal angucken vom Original, ob das da auch so ist. Er soll jedenfalls von einer Straßenlage eh eine mittelschwere Katastrophe gewesen sein. Also sowohl der Erich Bitter als auch der Niki Lauda, okay, das ist ja cool, waren, was das angeht, von dem Auto eher mäßig begeistert, was man so zu lesen kriegt. Ja, also das war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, geil, das Fahrwerk ist total super, der soll wohl gut untersteuert haben und er brauchte durchaus eine sehr unterstützende Hand, damit man ihn in der Spur halten konnte. So, hier hat sich die Witwe jetzt gerade mal auf den Rücken gedreht, damit wir hier unten runter ein bisschen was machen können. Da haben wir nämlich jetzt hier gerade den Auspuff angebaut. Das hier hinten, ich habe keine Ahnung, was das ist, das ist aber beim Original auch gewesen. Wer weiß, was es ist, schreibt es mal unten in die Kommentare. Und hier haben wir halt den Auspuff, ich glaube allzu viel Schalldämpfer hat das Ding nicht gehabt. Und halt schön an der Seite raus. Hat ja was. Also der Sound von dem Ding, ich habe es mir mittlerweile mal angehört im Internet, für einen Reihenvierer Holla die Waldfee. Also das ist ein Krawallbruder oder eine Krawallschwester ja eigentlich als Schwarze Witwe. Die hörst du auf alle Fälle, wenn die um die Ecke kommt hier. Unsere schwarze Schönheit. Ansonsten finde ich hier den Boden wirklich sehr schön gemacht. Also das sieht gut aus. Hier haben wir die Aufnahmen für die Sitze. Hier könnte man noch irgendwas reinbauen, vielleicht kommt noch was, ich weiß es nicht. Aber das waren auch solche Aufnahmen, die wir hier zum Anbringen der Auspuffrohre hier gebraucht haben. Das ist jetzt hier auch eine Platte, die sieht man nicht so jeden Tag. Das ist eine 9x8 Platte, sodass man jetzt hier die 2x5 schön drunter bauen kann, damit das Ganze mittig ist. Ich mag ja ungerade Platten, aber das habe ich echt noch nicht gesehen hier. Cool. Im Lego hatte man irgendwas, ich glaube eine 8x11 Platte oder irgendwie sowas. Aber ansonsten sind ja ungerade Zahlen bei Lego eher bei Platten selten. Ach Menno, ich hatte ja gehofft, wir bauen erst das Cabrio komplett fertig, bevor wir das Dach drauf bauen. Aber nee, bevor wir die Seiten hier noch fertig machen, wird das Dach drauf gemacht und dann wahrscheinlich hier gekontert. Das Dach haben wir jetzt hier schon soweit vorbereitet. Alles schön gefließt. Hier sind wir jetzt A-Säule, B-Säule. Hier der Ready-Käfig. Und das hier, das Graue, was wir hier verbaut haben, das ist nur vorübergehend. Das ist einzig und allein dafür, dass hier die Abstände hinterher passen. Es ist quasi ein Maßhilfsgerüst. Ich habe es jetzt erstmal noch dran gelassen, dass ich es nicht aus Versehen weiter zusammenschiebe. Aber in den eigentlichen Bausteps ist es schon nicht mehr aufgeführt. Das ist wirklich nur hier einmal kurz da, um das Ganze abzumessen. Ich bin mal gespannt, ob wir die Steine hinterher noch irgendwo brauchen oder ob die hinterher überbleiben. Da liegt das Dach hier vor mir wie ein Käfer auf dem Rücken. Das muss ich jetzt irgendwie heile da drauf kriegen. Ich bin gespannt, ob das klappt. Ich melde mich sofort wieder. Dach ist drauf. Und das muss man machen, wie wenn zwei Igel Liebe machen. Nämlich ganz, ganz vorsichtig. Also das ist eine interessante Konstruktion. Aber letztendlich ist sie drauf und sie hält. Scheiben hat er keine. Da ist er mehr Stocker-Rennen als Rennauto. Das Problem ist allerdings, wie will man das auch vernünftig realisieren hier? Ich sage mal hier bei dem von Megakonstrux, da haben sie das ja mit so Folien, mit so harten Folien gelöst. Finde ich prinzipiell eine gute Lösung. Aber viele von euch haben in den Kommentaren auch geschrieben, dass sie das katastrophal scheiße finden. Nur gebaut kriegt man es hier nicht gescheit. Und machen wir uns nichts vor, die meisten gebauten Scheiben bei so großen Autos sehen auch rotzer aus. Also da ist wirklich die Klemmbausteinwelt noch an Lösungen arm. Zumal ja das hier dann auch wieder Spezialteile werden, um das gescheit hinzukriegen. Von daher finde ich die Lösung, die Scheiben wegzulassen, in diesem Fall wirklich sogar die bessere. Schreibt mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Und da haben wir sie fertig hier, unseren Opel-Rekord, die schwarze Witwe, gefahren von Erich Bitter und Niki Lauda, der Porsche-Jäger aus dem Jahre 1967. 167, 180 PS und hübsch. Auf seine ganz eigene Weise. Und ein Stück Renngeschichte. Insofern, dass das hier quasi die Initialzündung für die Rennsportambitionen von Opel war. Vorher gab es ja diese Sache, diese Anweisung von der GM-Chefzentrale, kein Rennsport für GM-Konzernfirmen. Aber, wie wir alle wissen, hat Opel das nicht lange durchgehalten und ist dann doch irgendwann in den Rennsport eingestiegen. Und das hier war quasi das erste Rennsportfahrzeug, wenn auch nur für ein Jahr. Und danach dann sang- und klanglos verschüttet gegangen. Das hat an sich 2.078 Teile, 149,99 Listenpreis und mit ein paar Schmierabdrücken von meinen Händen hier. Ich finde, im Großen und Ganzen ist er gelungen. Ja gut, diese Cook-Bottle-Design-Geschichte ist natürlich schwer mit Klemmbausteinen hier einzufangen. Aber das haben sie eigentlich ganz gut gemacht, außer hier vorne. Ich weiß allerdings auch nicht, wie man es hätte besser machen sollen. Die Klemmkraft der Steine ist gut, braucht man wirklich nicht drüber reden. Ich habe allerdings wirklich das Gefühl, dass sie nicht mehr ganz so hart ist, wie wir sie aus den, ich sag mal, vor 2-3 Jahren noch aus den Sets kannten. Innerhalb der Schwarzfarbe haben wir leider einige Farbabweichungen, hatte ich euch gezeigt. Und wir haben auch hier leider der Druck, der ist nicht so super gut, wie er sein könnte. Die anderen Drucke sind gut. Bautechniken, interessante Bautechniken haben wir hier noch und durch. Also der Bauspaß ist wirklich ein riesengroßer bei diesem Auto. Und das fertige Ergebnis macht sich, denke ich mal, in jeder Autovitrine sehr, sehr gut. Wir können hier die Türen aufmachen, was ein bisschen doof ist, dass die hier keine Fangleashes dran haben. Und was noch ganz schön gewesen wäre, wenn man hier irgendwie noch einen Griff dran gebastelt hätte, innen drin. Das wäre jetzt auch nicht so das Riesending gewesen. Obwohl, ich weiß nicht, vielleicht hat das Original nur Schlaufen oder so. Das kann ich euch jetzt gar nicht mal sagen. Hier vorne wäre vielleicht noch irgendwie eine Fliese ganz nett gewesen, um die Noppe noch verschwinden zu lassen. Ansonsten sehen wir hier wirklich nicht viele Noppen. Also da muss man schon, ich sag mal, Kenner der Materie sein oder mal genauer hingucken, um zu sehen, dass das Ganze aus Klemmbausteinen zusammengebaut ist. Im ersten Moment muss man wirklich erstmal schauen, wo kommt denn das weg, woraus ist das gebaut. Und aus ein bisschen Abstand wird man da wirklich denken, dass man hier eher mit einem Modell oder sowas zu tun hat. Ja, wirklich schön gemacht. Schöne Details. Hinten Kofferraum, hier die Radkästen. Schön, dass man drauf gucken kann. Hier der große Tank mit Einfüllstutzen. Auch der Motor ist wirklich liebevoll gestaltet. Hier mit Stange zum Aufhalten, dass er einem nicht in den Nacken haut. Schöner Reihenvierer. Sieht gut aus. Haben sie gut gemacht. Also ich finde das alles nett gemacht. Auch hier, dass hier der Luftfilter sitzt. Das passt. Weil die haben halt aufgrund der Schräge der Windschutzscheibe, haben die die Aerodynamik genutzt, um halt hier die Luft, die da anströmt, in den Vergaser zu packen. Ja, und da saß dann hier auch der Luftfilter. Also das haben sie wirklich alles gut eingefangen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und richtig klasse finde ich die Front. So an sich. Bis auf diese beiden kleinen Teile hier. Aber der Teil hier ist richtig gut gelungen. Die Scheinwerfer, dass die gebaut sind aus einzelnen Teilen in einem Bruchsystem hier, finde ich hammergeil. Das sieht wirklich aus wie, ich sag mal, die Scheinwerfer aus der damaligen Zeit. Die waren ja auch so Riffelglas und sind dann irgendwann mal so ein bisschen blind geworden. Und es ist halt glow in the dark. Das heißt, wenn das jetzt hier dunkel wäre, dann würden die hinterher sogar noch ein bisschen nachleuchten. Die Nummer 201 ist halt die von dem Nachbau, der heute auch in Rüsselsheim in den Werkshallen steht oder im Museum. Ich hätte es allerdings auch schön gefunden, wenn sie eine Startnummer genommen hätten von der ursprünglichen historischen Geschichte. Aber gut, das war jetzt eine Entscheidung. Ich glaube, die Limited Edition hat eine andere Nummer drauf. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Schreibt es mal unten in die Kommentare, wenn ihr das wisst oder ob es halt anders ist. Hier, dass der hier grau ist, den hätte ich ganz gerne im Flat Silver gehabt. Das wäre noch schön gewesen. Aber ansonsten wirklich Schwamm drüber. Die Reifen, die Felgen, beziehungsweise die Felgen hier mit den Schrauben finde ich auch super schön gelöst. Die Lenkung ist jetzt nicht die allergeilste, aber er hat eine Lenkung. Immerhin. Also wenn man hier an dem Reifen, ich glaube, so ist die bessere Variante, dann dreht sich das Lenkrad mit. Umgekehrt, er springt dann allerdings auch mal gerne über, wenn man ihn über das Lenkrad selber macht. Die stabilste Lösung ist es nicht, aber Kobi ist bis jetzt auch nicht als allzu anspruchsvoller Technikhersteller aufgefallen, würde ich mal so sagen. Also ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert von dem Set. Und ich hoffe, da kommt noch etliches. Das wäre für mich wirklich eine Sache, wo ich mich riesig drüber freuen würde. Von Opel selber, hatte ich euch ja schon gesagt, da gibt es einen ganzen Schwung. Autos, die ich gerne als Modell sehen würde. Aber auch andere, ich sage mal, legendäre oder historische Autos, Youngtimer sowie Oldtimer der letzten 40, 50 Jahre, die ich gerne so als Klemmbaustein-Modell hier in 1 zu 12 bei mir in der Vitrine stehen hätte. Finde ich gut. Also gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Schreibt mal eure Meinung zu diesem Set hier unten in die Kommentare. Wie findet ihr das? Wie findet ihr die Preisgestaltung für 2078 Teile, 150 Euro? Alles Drucke. Wie findet ihr die Bautechniken? Habt ihr es selber vielleicht schon gebaut? Wie zufrieden wart ihr mit der ganzen Geschichte? Das Dach hier, ja, das ist ein bisschen flimsi, aber unterm Strich ist das ja kein Spielset. Das baut man auf und stellt es hin im Idealfall in der Vitrine. Dann passiert da nichts mehr dran. Auch dazu eure Meinung bitte unten in die Kommentare. Ja, das war es dann hier von mir an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, mich bei diesem Zweiteiler hier zu begleiten. Und wenn ihr Bock auf das Auto habt, schaut mal bei uns im Shop oder bei anderen Händlern vorbei. Das ist, denke ich mal, auch für den einen oder anderen Autoliebhaber ein schönes Geschenk zu Weihnachten. Jemand, der gerne baut, der für Autorennhistorie ein bisschen was über hat. Ich denke, der könnte hier durchaus Spaß dran haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit euren eigenen Bauprojekten. Wir hören und sehen uns dann in den nächsten Videos. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Wobei mich da als erstes mal die Frage beschäftigt, ist es jetzt ein Weibchen oder ein Männchen, was wir hier stehen haben? Also es ist ein Jugo oder ein Mädchen. Ich habe drunter geguckt. So auf Anhieb kann man es schlecht erkennen. Ja, und dann haben wir fertig hier unseren Opel Rekord C, die schwarze Witwe. Gefahren von Erich Bitter und von Niki Lauda. Der Porsche Jäger aus dem Jahre 1967, äh 67, Entschuldigung.